Seit wann bist du da? Bin im vierten Jahr. Da kannst du dich ja bald versetzen lassen. Und hast du auch vor, das zu machen? Machst du Witze? Seit ich hier bin, denke ich an nichts anderes als an meine Versetzung. Außerdem ist sie ziemlich clever, hat viele Interessen. Sie malt gern und sowas. Wenn sie so ein Volltreffer ist, was hält dich daran ab? Mensch, ich bin doch bald weg hier. Wozu also? Sag mal, darf ich ein Foto von dir machen? Was? Ich reiß mir hier ein Bein aus, damit in euren kleinen Köpfen was hängen bleibt. Dass alles Schöne dieser Welt in Netzen hängen bleibt und uns nie erreicht. In Netzen, die wir Menschen selbst gesponnen haben.